Versteckte Kamera zeichnete auf, was der Priester nachts mit der Nonne macht. Es wird dich schockieren! In dem kleinen Kloster, umgeben von hohen Mauern und einem friedlichen Garten, lebte die junge Nonne Isabella. Ihr Leben war der Hingabe an Gott gewidmet, und sie hatte sich dazu entschieden, den Weg der Nonne zu gehen, um ihrem Glauben zu dienen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne für sie. Eines Tages fühlte Isabella eine tiefe Veränderung in ihrem Körper. Ihr Herz klopfte schneller und Übelkeit überkam sie. Als die Symptome nicht nachließen, suchte sie heimlich einen Arzt auf, der ihr eine unerwartete Nachricht überbrachte, die sie schockierte. Sie war schwanger. Ein Gefühl von Panik und Scham überwältigte sie. Denn sie wusste, dass eine Schwangerschaft für eine Nonne strengstens verboten war. Isabella fand sich in einem inneren Konflikt gefangen, unfähig, ihre unerwartete Situation zu akzeptieren. Verzweifelt wandte sie sich an den einzigen, dem sie ihr Geheimnis anvertrauen konnte, den Priester des Klosters, Pater Matthias. Mit zitternden Händen und Tränen in den Augen gestand Isabella dem Priester ihre Schwangerschaft und ihre Ängste. Sie fürchtete nicht nur die strafenden Blicke ihrer Mitnonnen, sondern auch den Verlust ihrer Berufung als Nonne. Pater Matthias hörte ihr aufmerksam zu und spürte die Wogen der Verzweiflung, die sie überfluteten. Anstatt Isabella zu verurteilen, zeigte Pater Matthias Mitgefühl. Er erkannte die menschliche Natur hinter ihrer Entscheidung und erinnerte sie daran, dass jede Seele ein Geschenk Gottes ist. Der Priester ermutigte sie, die Liebe Gottes und die Vergebung zu suchen, anstatt in der Sünde zu verharren. Gemeinsam überlegten sie, wie sie mit der schwierigen Situation umgehen könnten. Pater Matthias unterstützte Isabella bei der Entscheidung, das Kind zu behalten und versprach, sie auf ihrem Weg zu begleiten. Die Nachricht von ihrer Schwangerschaft verbreitete sich im Kloster, aber anstatt Verurteilung erfuhren sie erstaunliche Akzeptanz und Unterstützung von ihren Mitnonnen. Die Geburt des Kindes brachte nicht nur einen neuen Menschen in die Welt, sondern auch eine Welle der Liebe und Vergebung in das Kloster. Isabella hatte gelernt, dass selbst in den dunkelsten Momenten des Lebens das Licht der Gnade und Barmherzigkeit erscheinen kann. Die anderen Nonnen, die Isabellas Geschichte hörten, öffneten ihre Herzen und zeigten wahre Nächstenliebe. Sie halfen bei der Vorbereitung auf die Ankunft des Kindes, schenkten Isabella Trost und unterstützten sie in ihrem Glauben. Das Kloster, das ein Ort der Stille und Gebete war, wurde nun auch zu einem Ort der Liebe und des Mitgefühls. Isabella erfuhr eine erstaunliche Wandlung in ihrem Inneren. Die Geburt ihres Kindes wurde zu einem Symbol der Hoffnung und der unergründlichen Liebe Gottes. Pater Matthias begleitete sie in ihrem neuen Leben als Mutter und half ihr, die Herausforderungen zu meistern. Das kleine Kloster, das einst von hohen Mauern umgeben war, öffnete sich für die Wunder des Lebens und die Kraft der Vergebung. Isabella und ihr Kind wurden Teil einer Gemeinschaft, die durch die Gnade Gottes gestärkt wurde. In den stillen Gängen und friedlichen Gärten erklangen nun nicht nur Gebete, sondern auch das Lachen eines Kindes, das das Herz aller berührte. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!